Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zum Recap der aktuellsten One-Piece-Episode 868 One-Mats Determation Categories Deadly Big Fight. Ich bin das Euron, Simafix und wir schauen uns heute mal die aktuellste One-Piece-Episode an. Ja, der Kampf zwischen Ruffy und Katakuri spritzt sich so langsam zu und, boah, ganz ernsthaft, man, dieser Fight ist eigentlich einer, also er kratzt ganz an den aller, aller, allerbesten One-Piece-Fights. Und Katakuri würde ich jetzt auch mal so, ja, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, in die Top 3 meiner so One-Piece-Gegner reinsetzen, obwohl er, sage ich jetzt mal, gar nicht das größte Problem in der Big Mom Crew ist. Da gibt es nämlich, wie der Name schon sagt, eine große Mama. Aber dieser Typ, Mann, hat so drauf. Wir machen das jetzt im Recap besser anders und erzählen, wiederholen nicht die Handlung, sondern erzählen einfach so, was mir gefallen hat und die Highlights. In dieser Folge sehen wir, wie Ruffys Kampf weiter gegen Katakuri geht. Und wir haben ja beim letzten Mal leider, leider mit ansehen müssen, wie Ruffys Seite hier durchstochen worden ist, weil Flambe, eine von den Schwestern, Ruffy hier angeschossen hat mit irgendeiner Giftnadel. Und deswegen wurde er dann hier von Katakurys Angriff, ja, niedergestreckt. Und Ruffy am Ende seiner Kräfte und Flambe lachte über ihn. Und ganz ernsthaft, Mann, natürlich wäre es jetzt das Ende gewesen. Herr Katakuri hat es mit voller Wucht noch weiter aufgehauen, das wäre das Ende gewesen, Mann. Aber das ist etwas, was sehr cool in diesem Fight ist. Es ist Respekt, der sich zwischen den beiden aufbaut. Ruffy, der sich ja, als er das zweite Mal in die Spiegel weggekommen ist, gleich gesagt hat, ich möchte ihn mit seiner vollen Kraft besiegen, ich möchte ihn so besiegen, wie er ist. Obwohl, eigentlich schafft er es ja nicht, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Also wie gesagt, es ist wirklich ein gegenseitiger Respekt. Und Katakuri auf der anderen Seite, als er hier gesehen hat, dass Flambe da war, hat er hier, ja, weil er aber auch Respekt für Ruffy gewonnen hat, sich zu etwas entschlossen. Er tut dann hier seine Kleidung abnehmen und dann sehen auch hier die anderen, was hier unter Katakurys 2 steckt. Und ja, wie eigentlich sehr viele von Big Moms Kindern eben eher auf eine oder die andere Art verunstellte das. Soll aber nichts heißen, ganz ernsthaft, Mann, dieses Bild dieses perfekten Kriegers, ich glaube, das war Katakuri schon immer wurscht. Und er, und dass die Leute da Fotos von ihm machen, also die Leute hier von Flambe. Aber das ist so richtig ekelig, also Flambe, die gehört definitiv in meine Hasscharaktere. Sie macht sich so richtig über Katakuri Lust, sie sagt, sie ist so ekelig aus, Mann, du bist doch nicht der wahre Bruder, den wir hatten. Und Katakuri, ganz ernsthaft, ich dachte mir erstmal, Katakuri könnte sie jetzt mit einem Schlag alle töten. Die würden das nicht mehr merken, so schnell hätte sie alle getötet. Aber ich dachte mir wirklich, okay, aber Katakuri ist einfach krasser, Mann. Er geht einfach weg, ohne überhaupt zu reagieren, Mann. Er zeigt es einfach und verschwindet, Mann. Sticht sich aber davor mit seinem Dreizack hier in die Seite, um eine Chancengleichheit zu machen. Und sagt, mischt euch nicht in den Kampf zwischen zwei Männern ein. Ich meine, es sind Piraten, es sind Gegenspieler und es geht um einiges. Und trotzdem hier so ein Ehrgefühl zu haben, das ist doch großartig, Mann. Katakuri will hier, weil er halt eben auch Respekt für Ruffy jetzt im Endeffekt gewonnen hat, eine Chancengleichheit wiederherstellen. Und natürlich, wenn er einen sehr kritischen Treffer hier in seinen Innereien hatte, soll das das wieder ausgleichen. Und ganz ernsthaft, Mann, wir haben oft in One Piece, und das ist das, was immer ankotzt, Mann. Diese Gegenspieler, die sagen, also wie Crockett, er ist tot, aber ich schmeiße ihn in irgendeiner Düne und ich hoffe, dass er tot ist. Und vielleicht ist er auch nicht tot. Katakuri hat niemals großartig, weil er hat Bam, 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 Bam. Das ist keiner der normalen Art. Aber als er dann gemerkt hat, dass Ruffy sich ihm mit allem dagegen stellt und alles dafür gibt, wollte Katakuri ihm diese Chance haben, Möglichkeiten, einen fairen Kampf zu machen und hat sich deswegen hier selbst verletzt. Und ganz ernsthaft, Mann, dieser Typ, er ist so krass, Mann. Er scheißt auf alles, dass er jetzt hier nicht mehr der Lovey-Boy Katakuri ist. Ihm ist das alles wurscht. Er will einfach einen fairen Kampf zu haben. Es ist das, was Ruffy sich gewünscht hat und es ist das, was auch Katakuri sich im Endeffekt wünscht. Ich sage, es ist halt ein Kampf, der wirklich, wo halt der Respekt von beiden füreinander immer gestiegen ist. Und jetzt wirklich Katakuri dann den Respekt für Ruffy hat, den Ruffy schon lange für Katakuri hat. Und das ist wirklich krass, Mann. Damit hier die nervigen Zuschauer niedergemacht werden, tun er beide Katakuri als auch Ruffy ein Königshaki aktivieren. Bis jetzt war mir noch nicht bewusst, dass Königshaki, dass der Katakuri das besitzt. Und tun damit die Zuschauer niederstecken, Mann. Coole Szene, wir sehen sehr selten ja Königshaki gegeneinander treffen. Das letzte war natürlich mit Doflamingo. Mir gefällt jetzt immer, wie das mit diesen Blitzen dargestellt wird. Weil, ich weiß immer noch, das erste Mal, wo das gekommen ist, wo Whitebeard und Shay sich getroffen haben und der Himmel sich gespaltet haben. Da müssen unsere Leute noch ein bisschen arbeiten. Jetzt machen wir es doch eigentlich Recap-mäßig. Egal! Wir handeln es nur kurz ab. Der Rest unserer Crew, die versuchen eben weiter zu Kakao Island zu gehen. Sanji bricht schon mal auf, weil er irgendeinen Plan hat. Und Batschi versucht zu fliehen. Was ganz so interessant ist, ist, dass Big Mom, die hinter Batschiff her ist, so dünn ist, dass man sie wirklich kaum wiedererkennt, Mann. Eigentlich müsste sie ja umfallen, wenn man sich überlegt. Zwölf Stunden nichts gegessen und gleich hat sie ungefähr 500 Kilo abgenommen, Mann. Das ist mal die, Mann. Da müsste man ein Buch rausbringen. Nun gut, und da wird es nochmal interessant, weil Smoothie angreift. Smoothie hat ja diese Kraft, Mann. Ganz ehrlich, Smoothie ist so enttäuscht, Mann. Smoothie ist so scheiße enttäuscht, Mann. Ich dachte mir, im ersten Auftrag, wo ich die gesehen habe, dachte ich mir, Alter, Mann, sie ist ja eine Riesin, sie ist ultra stark, Mann. Kopfgeld von irgendwie 700 Millionen, Mann. Da dachte ich mir, oh geil, Mann. Da wird es in keinen Kampf gegen Jinbei oder am besten alle von den Strohpiraten gegen sie und halt Ruffy gegen Katakuri. Das wäre es gewesen, Mann. Aber Smoothie steht dann immer noch grimmig da und schaut abbildet, Mann. Da hätte man viel mehr Cooles machen können. Aber jetzt sehen wir mal, was für eine Kraft sie hatte. Mit dieser Aussaugkraft kann sie nämlich auch ihre Kraft verbessern und saugt da eben dann Leute auf ihrem Schiff aus, um immer größer zu werden. Dann wird es immer größer und versucht dann das Stift der Strohpiraten zu versenken. Wir sehen aber nicht, ob ihr das gelungen ist. Aber ziemlich cool, Mann. Wie gesagt, mir fehlt das halt ein bisschen, weil ganz ernsthaft, diese Flucht, die ist irgendwie nicht so cool. Aber jetzt kommen wir wieder zum Kailite, Mann. Und nochmal am Ende der Episode, Mann. Ruffy gegen Katakuri, Mann. Also ganz ernsthaft, wenn ich jetzt an die Besten von Peacefights denke. Ja, ich muss ja sagen, also die beste Story-Arc ist immer noch, äh, Ines Lobby. Ähm, wie heißt es nochmal? Äh, die Himmelsinsel. Ines Lobby, ja. Das ist es doch. Äh, und, aber ganz ernsthaft, Mann. Mann, von Fights her ist, in meinen Augen, Doflamingo gegen Ruffy, halt awesome wie ein G4. Aber dieser Kampf kommt wirklich sehr nah dran, Mann. Dieser Kampf kommt wirklich sehr nah dran. Mit einem Katakuri, der halt nicht nur dieser coole, großer Schläger ist, sondern halt auch wirklich ein Mann ist, der Respekt hat. Der sich diesen Respekt verdient hat. Und, ja, in der letzten Szene stehen sich dann beide gegenüber. Und Katakuri sagt Ruffy, ähm, dass, äh, er sich getäuscht hat. Und er eben nicht viel schwächer ist als er. Sondern definitiv auch, er es mit überaufnehmen kann. Und Ruffy sagt natürlich, sie werden gewinnen. Und dann treffen sie nochmal mit einem Faustkampf aufeinander. Mann, wirklich in dieser Boxstelle-Haltung. Mann, was ja, also wirklich nochmal einen Showdown hier, äh, verleiten lässt. Wirklich am Ende ihrer Kräfte. Weil beide haben, wie gesagt, eine richtig tödliche Verletzung. Mit allem, was sie haben. Am Königshaki clasht er wieder aufeinander. Äh, und es sieht auch so aus, als würde Katakuri ihn, äh, Ruffy bezwingen. Aber Ruffy steht auf und schafft es nochmal, einen schönen Gummipunch auf Katakuri zu hauen. Und damit endet dann die Episode. Puh, Leute, es war eine geile Episode, Mann. Und ich bin so heiß darauf. Wir haben es ja mal im Opening gesehen, äh, dass Ruffy irgendeine neue Kraft hat. Und, äh, die nächste Folge, so laut dem Ding, lässt er sehr vermuten, dass Ruffy eine neue Kraft irgendwie, äh, in sich erweckt hat. Aber ganz ernsthaft. Es ist geil, Mann. Es ist so großartig, Mann. Und ich hab so Freude, das hier mit anzusehen. Was mir halt einfach so, was ich einfach so cool finde, ist, dass Katakuri ein bisschen mehr ist, als diese anderen Bösewichte. Die hat immer wie gesagt, ha, ich bin böse, weil ich böse bin. So Krokodile, wenn ich sie auch nicht Krokodile super fand. Und er ist einfach so ein bisschen überall, Mann. Weil er ist halt, er kennt es halt. Man merkt halt, er erkennt es halt nicht, wenn ihn jemand wirklich angreifen kann. Weil er halt, er ist ein super Haki hat. Und mit Ruffy hat er jetzt hier ein Gegenspiel gefunden. Die Frage ist aber trotzdem, weil das dürfen wir nie vergessen. Zwar hat er natürlich hier den Vorteil von seinem, ähm, äh, Ultra-Observations-Haki. Okay, aber im 1-zu-1-Kampf hat er deutlich, bis jetzt zumindest, was ich gesehen habe, selbst mit Ruffys G4, ähm, hat er eine deutlich mehr Stärke. G4 könnte er vielleicht mithalten, aber auch nur gerade so. Und das ist halt das große Problem, weil selbst wenn Ruffy jetzt der Haki gemeistert hat, glaube ich, im 1-zu-1-Kampf kann er es dazu, sondern nicht mit Katakuri aufnehmen. Da braucht er eine neue Kraft. Und ich bin heiß drauf, nicht morgens weiter und dann wird es richtig spannend, Mann. Der Kampf spitzt sich zu und ich denke, er wird so langsam zu Ende gehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit Episode 869. Bis zum nächsten Mal, haut rein und auf, wir sehen. Ciao.